So, da sind wir bei der nächsten Level-Up-Geschichte für den Monarchen-Skin. Ihr seht schon, noch habe ich ihn nicht komplett. Ich mache das Ganze natürlich mit euch zusammen. Wo müssen wir hin? Na, zu Shifty. Ich gehe einfach nur auf die Markierung. Ich muss jetzt immer selber gucken, wo er ist. Aber ich denke mal, hier in dem Fall wird er wahrscheinlich auf dem Berg sein oder sogar in der Mine drin. Aber wir werden es einfach zusammen sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall finden, weil natürlich will ich das Level-Up haben und natürlich den Monarchen-Skin natürlich auch in Gold haben. So, jetzt müssen wir nur gerade gucken zusammen. Sieht aus, als wäre er im Berg... Ne, hier oben auf dem Berg. Also doch einfacher als gedacht. Einfach hier oben auf dem Berg landen. Zack. Holt euch noch die Kisten mit, habt ihr direkt wieder ein bisschen Loot. Und so habt ihr natürlich das Ganze ganz easy geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Level. Und mir fehlen jetzt noch 20. Also in dem Sinne sehen wir uns in dem nächsten Video. Nächster Standort und haut rein.